jo liebe leute herzlich willkommen fraktion der gta 5 wir sind am start mit unserem freund mit unserem freund michael glaubt doch bitte michael ja ja wir hatten eine nächste mission wollten wir machen die wäre mit dem büro die nämlich hier vorne ist die frage ist was erwartet uns hier so ich nehme allerdings weg so diese oben ich glaube die ist oben ja trevor hat der letzte mal kurz eine die ecke stellt vorbeidung für das ding ein paar lito oh aber das hier ist mein Platz und mein Arbeit er war für mein Platz gut, relax, nur schweig, bin ich nur schweig ja, naja nicht, gut, denn die Welt braucht nicht mehr schweig, die blighten der Zeit ich verstehe das Punkt, du, du, du bist wie jedes andere du hast ein bisschen Geld und du bist ein gart ich weiß nicht, ich war immer ein gart nein, du bist nicht, du bist etwas Aber jetzt, man, du bist das Ort, du bist ein Schell. Geh, mach dich dich. Du bist eine Art pure, moralisch justifiable, Scheiße? Was, weil du total psychotisch bist, irgendwie ist es okay? Ich bin ehrlich, okay? Du bist der Hypocrite. Oh, ja, du bist ein fucking Hero, so far above all. Oh, ja, ich bin nicht above rippen, 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 dein Herz. Rippen, 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 weil ich bereit bin. Hallo? Oh, meine Damen, meine Damen, was geht's? Stopp! Hör! Entschuldigung. Entschuldigung. Aber wir haben ein Problem. Ein Problem der Regierung. Wir brauchen Sie, äh, äh, investigieren. Ein Forschungslager im Land. Es geht um Terrorismus. Das große ist, Nerve Gas. Biologische Terror. Oh Gott, ich will nicht bezahlen. Entschuldigung, du brauchst ein bisschen standarder. Boat, Tandem Rotor, Helikopter, Truck, Weapons. Du musst all das herausfinden. Chomper alone wird dir zurück ein paar Millen. Oh, keine Angst, Trevor ist hier. Er hat einfach viel Geld bekommen. Ist das ein Sarcassum? Oh, du bist gar nicht richtig, Sarcassum. Du f***. Du bist gar nicht. Ein paar Wochen назад. Ich bin glücklich, zufrieden, zufrieden, durch meine schwimmen. Und meine beste Freundin psychotisch herausgekommen, aus keinem Ort, um mich über die Fehler, die ich gemacht habe. Die Fehler, die ich ehrlich gemacht habe. vor ein paar Jahre, vor allem. Wir, unsere kleine Böse, sind schlussisch verletzt. Aber hey, wir gehen raus und spenden 2 Millionen Dollar auf einem Tandem Rotor f***ing Chopper, damit ich kann das Nerven von f***ing Terrorismus schlussisch. Entschuldigung, du schlussig schlussisch. Aber Sarcassum ist all I f***ing got. Sarcassum und eine room fulle U-Cuts. Ja! Woo! Willkommen zurück, Mann. Das ist die alte U. Ja, ja, ja. Wir müssen gehen. Es war großartig, aber Dave hier hat eine Pilates-Klasse. Now, Frau, wir müssen uns weit weg. Tschüss. Ah, Jesus. Jesus Christus. Alright. Ich gebe Lester einen f***ing Call. Er sagte, er wusste, er wusste was. Jetzt sag ihm, dass wir nach Palito Bay fahren. Komm mal. Sie fahren uns nach die Bank. Okay, der kommt schon so früh? Wenn ich ehrlich bin, hatte ich eigentlich gedacht, dass das tatsächlich nicht so, äh, dass das auch nicht so früh ist. Wenn ich ehrlich bin, weil... eigentlich war das... bei weitem hatte ich gedacht, dass es kommt erst spät, aber nein. Die Mission kommt schon jetzt. Begibt sich da Palito Bay? Na gut, dann machen wir. So, sorry. Das ist das. Ich gehe auf dem Bus. Alright, Lester ist mit uns da. Don't start. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Keine Chance. Wenn du eine Bank für ein paar Millionen, die erste Sache machst, ist, zu einem den Krankenhaus und sagen, ihn zu einem einen Mann mit einem Schrauben. Oh, dieser Bank wird das Kind machen? Die Bank der Regierungschefung aus der ganzen Farben, Hörbäuer, Kichens in der Region. Sie verbrauchen ihre Geld in sicherer die Begrüßung. Dann gibt es die normalen die Einladung der Einladung. Wir sollten gut machen. Ich habe über dich, Trevor. Deine Lebensstil. Du hast? Ja, du hast. Ja, du hast. Die Leute immer versuchen zu labelen. Du kennst? Maniak, Psycho, Freund. Und Industrie Leider. In irgendwelchen manchen hat man die Kategorisierung. Aber dann, was? Denken Sie, wo Sie leben? Sande Shores, du liefst. Sorry, kein Platz für Sie für Ihre Kalonik. Genau. Aber warum Sie hier? Es ist aus der Grenze. Wir sind alles aus. Das ist Amerika. Und Menschen haben noch nicht gewonnen. Ja? Ja, was wenn es wird getrennt? Okay. Was ist das wie Sie sind? Was die lustige Toys, die Niche Drugs, die alles. Entschuldigung. Ha, verdammt. Ach, verdammt. haze Motorradfahrer, ich wollte da hier legen. Oh, schade. HAPPI! Sie zu schade 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 die schade und schade und die 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 schade wieder. Vielleicht du wie die schade nach schade 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 des zu schade und schade nach Schade Was ist das? Komm schon, Mann, wegschuze. Was? Ich werde deine fuckinge Finger nicht wegschuze. Bitte, okay? Du verletztest dich das Angst. Ah, endlich. so jetzt sind ein paar meter nicht laufen können es sind 300 meter kollege so dann stehen wir fokussiere die kamera auf die bank das grundstück nehmen mann der man durch das grundstück hier der place ist remote got the right amount of foot traffic so do let's check out the alarm to be sure hmm it's not ideal it's gonna cost more to break that system than the score is gonna pay we're in to find a new score no 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 this is the score what are our options it's a dumb idea but we could trigger the alarm see what kind of response they throw out that is a dumb idea hey you heard the man alright shoot the sucker gut löse den arm aus ok i brought my police scanner drive over to the gas station opposite the bank and we'll monitor chatter wo warte alles von der tankstelle aus radio base security services frequency we have a code 30 adam alarm going off at lane county savings bank all cars in the area please respond palito cars three six nine and one will be there in fifty seconds roger that four units backup team at station is available they've dispatched four cars in sixty seconds and more on standby and it isn't even thirty victor shots fired oh this is a real headache what do you got on the clock forty seconds this is palito security any updates on the code 30 adam backup ready to mobilize this is not normal the response is out of proportion cops in this county are dirty and the alarm just went off on their piggy bank so there come the next cops there come the cops what is that a 67 second response time yeah four cars more in the wings bad cops garden dirty money fuck how many we can take this wait right here we'll see if anything about their routine suggests a weakness palito radio this is palito car three we have a code 12 well false alarm possibly triggered essentially roger that we're gonna set up checkpoints on the great ocean highway and the sonora freeway car to car searches and record checks checkpoints searches fuck this i ain't getting caught because lester needs a wheelchair hey wheelchair or not we're still we're still let's have some data i'm not gonna outrun a cop we've gotta go we're going and if we're in front of Trevor he'll be the one running he'll be the one running yes sir bach ein rennen mit marke zu trevers büro ich zieh' den jetzt versucht er jetzt gerade abzuziehen ich bin denn da lang da hoch Na gut. Ich werde ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht irgendwie abfliege oder so. Denken sie mich schon dran an uns. Hopp! Verdammt! Ohoho, der ist aber da noch nicht. Jetzt konnte ich hier ein bisschen abhängen, weil das Rudra doch ein bisschen wendiger ist als der Wagen. Hm. Ja. 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 Aber der hängt aber dran an uns, ja. Aber wir sind jetzt Gott sei Dank gleich da. Ich setze ein Bord an hier. Michael, dein Blut ist schwer. Ich mache dir ein paar Schmerzen. Ich bin gut, Tee. Nein, ich bin der Host, Mann. Ich weiß, ich will nicht, dass du dich fachst und fachst, oder? Dann wird du die falsche Entscheidungen machen. Ich habe die falsche Entscheidungen in meinem Leben gemacht. Das ist wie ich hier bin. Guten Appetit. Geil. Jesus Christ, Trevor. Was ist das? Was ist falsch mit dir? Das ist nur ein... Was? Ein Schmerz. Das ist wahrscheinlich nicht sogar human. Unless du das Stadion des Gas. Gentlemen, ein paar Pläne für Ihre Aufmerksamkeit? Gut. Ich werde hier ein Minute länger als ich muss. Ich denke, unser kleines Experiment zeigt, dass die Antwort wird zu schnell, und zu stark, dass es zu langer Flasen ist. Das bedeutet, dass du die Schmerzen auf die Schmerzen aufgerenst. Die Schmerzen? Die Schmerzen aufgerenst. Die Schmerzen aufgerenst. Die Schmerzen aufgerenst. Ich weiß nicht. Du bist bereit. Die Schmerzen aufgerätten die Schmerzen ausgericht. Die Schmerzen sind vorgegangen, um nach dem Fort Zancudo zu kommen. Die Schmerzen aufgerätten die Schmerzen aufgerätten die Schmerzen aufgerätten die Schmerzen. Ich kann dir die gleiche Details der Schmerzen aufgerätten, als wir hier fertig sind. Insofern, du bist nicht außerhalb der Bank zu lange. Polito Bay ist... Well, es ist eine Bay. Also, du bist eine Straße entfernt von der Wasser, wo Franklin kann in einem Boot warten warten. Ich weiß, dass nichts davon ist ideal, aber das ist die einzige Möglichkeit, dass du den Schmerzen aufgerätten und für deine FIB-Paymasters. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir mal mal Feierabend. Wir sind zur nächsten Folge wieder bei Let's Play GDA5. Und dann gehen wir an die Vorbereitung, die nächsten Teile der Vorbereitung für das Ding in Palito Bay. Bis dahin, noch wiedersehen. Ciao. Bis dahin, noch wiedersehen.